Wir erklären voller Überzeugung, dass es für die heilige katholische Kirche nur einen Platz geben kann, jenen an der Seite Deutschlands und dessen Führer Adolf Hitler. Geben Sie das Ihrem Bischof. Runde mit dem Allergocker! Herr Krämer wurde nicht entlassen, er hat lediglich Urlaub bekommen. Neun Tage, um genau zu sein. Sollte Herr Krämer versuchen zu fliehen, haben Sie Anweisungen, sämtliche luxemburgischen Priester im Pfarrerblock zu erschießen. Das Schicksal Ihrer Brüder liegt in Ihrer Hand. Sie und ich, wir sind Brüder im Geiste. Soll ich zum Judas werden? Wahnsinnig! Ja, ich bin wahnsinnig! Ich bin verrückt! Bringen Sie das in Ordnung. Seien Sie klug, Ori. Der Bege